Steffen, wir hören also, der ukrainische Präsident Zelensky aktiviert die Reservisten. Zuerst hieß es ja, man wolle militärisch nicht aufrüsten, jetzt dann doch diese Teilmobilmachung. Was hat zum Umdenken geführt? Ich glaube, die Tatsache, dass mehr und mehr russische Truppen im besetzten Gebiet ankommen, heißt für Kiew nichts anderes als, es könnte ein Krieg folgen und wir müssten uns möglicherweise verteidigen können. Deswegen diese Teilmobilmachung im Übrigen nicht nur von Reservisten, sondern auch von der sogenannten Zivilverteidigungsfront. Das sind noch einmal rund 24.000 Männer und Frauen, die sich in den vergangenen Wochen und Monaten haben ausbilden lassen an der Waffe. Auch die könnten aktiviert werden im Fall der Fälle. Und wenn wir auf die jüngsten Zahlen gucken von der OSZE, ist das allein in den vergangenen 24 Stunden wieder mehr als 1.400 Verstöße gegen die Waffenruhe gegeben. Das heißt, hier entlang der Front, wir sind wenige Kilometer von der Front entfernt, da hat es wieder Gefechte gegeben, da hat es wieder verwundete Soldaten gegeben. Beide Seiten beschuldigen sich, für diese Feuergefechte verantwortlich zu sein. Und das zeigt, wie angespannt die Situation ist und warum Kiew jetzt sich zu diesem Schritt entschieden hat. Steffen, was aber heißt das für die Menschen vor Ort, also in der Region, die zunehmend von mehr Truppen, von mehr russischen Truppen besetzt wird? Packen die ihre Sachen, versuchen die weiter Richtung Westen zu gelangen, also in die Zentralukraine? Also es heißt vor allem eines, Lebensgefahr für die Menschen hier. Warum sage ich das? In dem Ort, in dem wir uns gerade befinden, vor drei Tagen sind hier Geschosse eingeschlagen. Ein UN-Konvoi, ein Hilfskonvoi wurde dabei getroffen. Und das ist die Situation, mit der die Menschen hier zu leben haben. Die sagen uns, auch die Soldaten, dass immer wieder Geschosse abgefeuert werden, eben nicht nur auf militärische Stellung, sondern auch auf zivile Stellung, auf Infrastruktur. Das heißt auf Wasserversorgung, Stromversorgung etc. Und das ist die Situation, mit der die Menschen hier in den letzten Tagen leben müssen, mit dieser ständigen Gefahr. Einige ja, sagen, wir müssen weiter in Richtung Westen, wir müssen weg von hier. Es ist einfach zu gefährlich für uns, für Familien, für unsere Kinder. Andere sagen, wir bleiben, je nachdem, wer die Möglichkeiten hat zu gehen oder nicht zu gehen. Aber noch einmal, das ist die tägliche Gefahr, mit der auch die Zivilisten, nicht nur die Soldaten, zu leben haben. Und das ist die Situation, mit der Zivilisten, nicht nur die Soldaten, zu leben. Und das ist die Situation, mit der Zivilisten, nicht nur die Soldaten, zu leben.